Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist der letzte Sonntag vor Weihnachten und ich möchte dir ein kleines Geschenk machen. Und zwar werde ich im Laufe des Videos einen Rabattcode einblenden. Den kannst du dann eingeben, wenn du den Videokurs kaufen möchtest. Allerdings nur noch bis zum 24. Also von heute bis zum 24. Danach ist der nicht mehr aktiv. Und jetzt machen wir erstmal weiter mit den nächsten 36 Fragen. Wie dürfen Sie in Ihrem PKW ein elfjähriges Kind von 140 cm Größe mitnehmen? Auf der hinteren Sitzbank mit angelegtem Beckengurt. Auf einer Sitzerhöhung mit Prüfzeichen und mit angelegtem Dreipunktgurt. Mit angelegtem Dreipunktgurt. So, hier musst du aufpassen. Die mittlere Antwort ist richtig. Und zwar kommt es auf das Alter und die Größe des Kindes an. Wenn das Kind nämlich älter als zwölf Jahre ist und größer als 1,50 Meter, dann braucht das nämlich keine Sitzerhöhung mehr. Was ist bei der Verwendung eines Kindersitzes mit Prüfzeichen zu beachten? Der Kindersitz muss für die Größe und das Gewicht des Kindes geeignet sein. Der Kindersitz muss für die Anbringung auf dem vorgesehenen Fahrzeugsitz geeignet sein. Außer dem Prüfzeichen ist nichts weiter zu beachten. Also, dass natürlich ein Prüfzeichen drauf sein muss und alles dafür geeignet ist und hier und da und Größe und so weiter ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ich habe ja schon im vorletzten Video oder im letzten Video gesagt, da muss ich an die thailändische Familie denken, die dazu dritt oder zu viert auf ihrem Roller fahren. Und Vater und Mutter hat eventuell einen Helm auf, der nicht mal zu ist und das Kind, das zweijährige Kind wird dann hier im Arm gehalten. Oder einjähriges Kind. Ja, das mit den 20 ist auf jeden Fall gut vorstellbar. Versuch doch einfach mal, wie schnell kann man denn so rennen? Vielleicht so, weiß nicht, 15 kmh, 16, 18. Ja, also versuch mal voller Karacho gegen eine Wand zu rennen. Da wirst du schon sehen, wie du danach aussiehst. Und da kann es natürlich auch aus dem Fahrzeug geschleudert werden. Also 1 und 3 sind auf jeden Fall richtig. Nummer 2, die meisten Unfälle passieren ja in der Stadt, also die meisten Auffahrunfälle zum Beispiel. Die meisten tödlichen auf der Landstraße und die schwerwiegenden sind natürlich auf der Autobahn. Aber in der Stadt kracht es am meisten, weil einfach die Verkehrsdichte so hoch ist. Ab welcher Aufprallgeschwindigkeit müssen Sie mit schweren oder tödlichen Verletzungen rechnen, wenn Sie keinen Sicherheitsgurt angelegt haben? Naja, das haben wir ja gerade in der letzten Frage schon gehabt, bei 20 und dementsprechend werden wir jetzt hier 30 ankreuzen. Gut, also ich hoffe, das weiß auch jeder von euch, wenn Sicherheitsgurte vorhanden sind, dann müssen die natürlich auch benutzt werden. Welche Bedeutung haben weiße Tafeln mit einem schwarzen A an einem LKW? Der LKW transportiert Gefahrgut. Der LKW transportiert Abfall. Der LKW wird von einem Anfänger gefahren. Also es ist tatsächlich die zweite Antwortmöglichkeit Abfall. Du machst zwar keinen LKW-Führerschein, aber aus irgendeinem Grund musst du das ja auch wissen. Was müssen Sie berücksichtigen, wenn Sie auf dem Dach Ihres PKW Gepäck befordern wollen? Die zulässige Gesamtmasse darf nicht überschritten werden. Die vom Fahrzeughersteller angegebene Dachlast, Betriebsanleitung, darf nicht überschritten werden. Die Fahreigenschaften werden nachteilig beeinflusst. Also hier sind natürlich alle drei Antwortmöglichkeiten richtig. Natürlich dürfen keine Lasten überschritten werden. Und natürlich wird auch die Fahreigenschaft negativ beeinflusst. Worauf müssen Sie sich einstellen, wenn Sie auf dem Dach Ihres PKW Gepäck befördern? Dass die Seitenwindempfindlichkeit zunimmt? Dass sich das Fahrzeug in Kurven stärker neigt? Dass das Fahrverhalten durch die erhöhte Schwerpunktlage verbessert wird? Also wie es schon hier geschrieben steht, haben wir einen erhöhten Schwerpunkt, da ja mehr Gewicht oben auf dem Dach liegt. Dementsprechend neigt sich das Fahrzeug stärker in die Kurve. Und wir haben eine größere Angriffsfläche für Seitenwind. Also eins und zwei sind richtig. Und Nummer drei ist in dem Fall falsch. Was müssen Sie tun, wenn Sie auf dem Dach Ihres PKW Fahrräder mitnehmen? Hohe Geschwindigkeiten vermeiden. Haltevorrichtung und Fahrräder sicher befestigen. Befestigung regelmäßig kontrollieren. Also alles richtig. Du hast eine große Angriffsfläche. Dementsprechend hohe Geschwindigkeiten vermeiden. Haltevorrichtung, Fahrräder, klar. Und regelmäßig kontrollieren, weil mit der Zeit kann sich da vielleicht irgendwas verrutschen. Und da muss man das nochmal vielleicht nachziehen. Was ist beim Transport von Fahrrädern auf einem Hecktragesystem zu prüfen? Ob das System und die Fahrräder sicher befestigt sind? Ob Beleuchtungseinrichtungen oder das Kennzeichen verdeckt werden? Ob das System nach Herstellerangaben für das Fahrzeug geeignet ist? Also dieses System wird hinten am Kofferraumdeckel installiert. Und hier sind auch alle drei Antwortmöglichkeiten richtig. Klar, Kennzeichen darf auch nicht verdeckt werden. Wie ist eine Ladung bei Dunkelheit oder schlechter Sicht kenntlich zu machen, wenn sie seitlich mehr als 40 Zentimeter über die Begrenzungsleuchten des Fahrzeugs hinausragt? Nach hinten durch rotes Licht. Nach vorn durch weißes Licht. Durch Einschalten der Warnblinkanlage. Also ganz klar, Warnblinklicht natürlich nicht. Hinten rot, vorne weiß. Das ist immer die richtige Antwortmöglichkeit. Hast du beim Auto ja normalerweise auch. Vorne weißes Licht und hinten rot. Wie hoch darf eine rote Leuchte, die eine nach hinten hinausragende Ladung kennzeichnet, höchstens über der Fahrbahn angebracht sein? Das sind 1,50 Meter. Was kann dazu führen, dass sie Warnsignale überhören? Zu lautes Auspuffgeräusch. Zu lautes Radio. Benutzung von Kopfhörern. Ja klar, alles richtig. Also alles, was dich irgendwie beim Hören beeinträchtigen könnte. Sie haben ihr zugelassenes Fahrzeug verkauft. Der Käufer hat bezahlt. Was müssen Sie tun? Namen und Anschrift des Käufers unverzüglich der Zulassungsstelle mitteilen. Die Prüfplakette vom amtlichen Kennzeichen entfernen. Dem Käufer die Fahrzeugpapiere, Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief oder Betriebserlaubnis gegen Empfangsbestätigung aushändigen. Also klar, wenn du dein Fahrzeug verkauft hast, dann musst du das mitteilen. Die Prüfplakette wird bitte nicht entfernt. Das hat nichts damit zu tun. Und wenn du dein Fahrzeug verkauft hast, dann erwartet der Käufer natürlich auch, dass er die Fahrzeugpapiere bekommt. Klar ist er jetzt sein Fahrzeug. Da habt ihr bestimmt schon mal Leute gesehen, die ihr Kennzeichen irgendwie hinter die Frontscheibe so reinlegen. Das ist natürlich nicht erlaubt. Also sie müssen an den vorgesehenen Stellen angebracht sein. Die hinteren Kennzeichen sind beleuchtet. Beim Motorrad auch. Hat er nur hinten ein Kennzeichen. Muss beleuchtet werden. Beim Auto, die haben zwei Kennzeichen. Vorne und hinten. Das vordere ist nicht beleuchtet. Das hintere muss beleuchtet sein. Und natürlich müssen sie auch immer gut lesbar sein. Übrigens jetzt im Winter, wenn es dann mal schneien sollte, dann kann es sein, dass die Kennzeichen zugeschneit sind. Also du fährst mit dem Auto und irgendwann sammelt sich einfach der Schnee auf den Kennzeichen. Dann musstet ihr hin und wieder auch vom Schnee befreien. Was ist vorgeschrieben, wenn die Haftpflichtversicherung ihres Fahrzeugs erloschen ist? Das Fahrzeug darf im Straßenverkehr nicht mehr benutzt werden. Das Fahrzeug muss bei der Zulassungsstelle abgemeldet werden. Das Fahrzeug muss bei der Zulassungsstelle vorgeführt werden. Also, wenn die Versicherung erloschen ist, dann darf das Fahrzeug nicht mehr im öffentlichen Straßenverkehr fahren, stehen, sein, parken. Also es muss einfach aus dem öffentlichen Straßenverkehr raus. Das bedeutet... Das Fahrzeug darf im Straßenverkehr nicht mehr benutzt werden. Genau. Das Fahrzeug muss bei der Zulassungsstelle abgemeldet werden. Naja, es muss nicht abgemeldet werden. Ne, es muss nicht abgemeldet werden. Ich kann es mir auch in den Garten stellen. Warum soll ich es abmelden? Was ist vorgeschrieben, wenn die Haftpflichtversicherung ihres Fahrzeugs erloschen ist? Gut. Also, wie gesagt, es muss aus dem öffentlichen Straßenverkehr raus. Was du damit machst, ist eigentlich scheißegal. Du kannst es dir in die Garage zum Beispiel stellen. Du kannst es dir in den Garten stellen. Du kannst es dir auch ins Wohnzimmer stellen. Beim Motorrad zum Beispiel genau das Gleiche. Das Fahrzeug muss bei der Zulassungsstelle abgemeldet werden. Ja. Also, müssen tust du jetzt nicht. Aber es wäre auf jeden Fall angebracht, da du ja dafür zahlst. Naja, also das muss. Damit bin ich jetzt nicht ganz einverstanden. Aber es ist natürlich besser, dass du es machst, weil sonst zahlst du ja praktisch für nichts. Ansonsten kannst du es dir hinstellen, wo du willst. Was dürfen Sie am amtlichen Kennzeichen verändern? Es darf nichts verändert werden. Ja, das kreuzen wir gleich an und fertig. Was ist bei Fahrzeugen mit Planen zu beachten? Bei Fahrzeugen mit Planen kann auf eine besondere Sicherung der Ladung verzichtet werden. Quatsch. Unbeladene Anhänger mit hohen Planenaufbauten sind gegen Seitenwind besonders empfindlich. Ja, es ist ja wie ein Segel. Das ist schon mal richtig. Die Planen dürfen die Sicht des Fahrers über die Außenspiegel nach hinten nicht behindern. Das klingt auch schon mal sehr gut. Was müssen Sie einstellen, wenn Sie ein fremdes Fahrzeug fahren wollen? Ja, also das, was du natürlich auch schon in der Fahrschule machst. Du stellst dir Sitz und Spiegel ein und die Kopfstütze und den Gurt natürlich auch. Wie sichert man einen PKW mit Schaltgetriebe am Berg gegen Wegrollen? Schalthebel in Leerlaufstellung bringen. Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen. Feststellbremse betätigen. Also Feststellbremse ist ja klar. Und bei Schaltgetriebe erst nur der Rückwärtsgang. Das ist wichtig, damit das Fahrzeug zusätzlich gegen Wegrollen gesichert wird. Wie sichert man einen PKW mit automatischer Kraftübertragung gegen Wegrollen? Wählhebel in N-Stellung bringen. Feststellbremse betätigen. Wählhebel in P-Stellung bringen. Also auch hier natürlich wieder die Feststellbremse und doppelt gegen Wegrollen sichern mit der Stellung P parken. Soweit ich weiß, kannst du den Schlüssel gar nicht abziehen bzw. den Motor ausschalten. Ich glaube, du kannst sogar den Motor gar nicht ausschalten, wenn das Ding nicht in P steht. Auf jeden Fall kannst du den Schlüssel nicht abziehen. Das sollte man schon wissen, wenn man ein Automatikfahrzeug fährt. Leute wollen dann aussteigen, Schlüssel mitnehmen. Es geht halt einfach nicht, weil der Wählhebel nicht auf P steht. Auf welche Zeit erstreckt sich das Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen? Das ist von 0 bis 22 Uhr. Sie fahren aus unbefestigtem Gelände, z.B. Acker, Baustelle, auf eine öffentliche Straße und verschmutzen diese erheblich. Wer ist für die Beseitigung dieses Verkehrshindernisses verantwortlich? Das zuständige Straßenbauamt. Die Anlieger dieses Straßenabschnitts. Sie als Verursacher. Natürlich du selbst. Du bist immer schuld. Was müssen Sie tun, um eine Gefährdung anderer durch von Ihrem Fahrzeug gefallene Ausrüstungs- oder Ladungsteile zu verhindern? Je nach Situation weiterfahren und das nächste Ordnungsamt informieren. Je nach Situation die Gefahrstelle absichern und umgehend Straßendienst- oder Polizeiverständigen. Je nach Situation die Teile selbst beseitigen. Also, je nach Situation ist das natürlich richtig. Jetzt warte mal. Also, Teile selbst beseitigen kommt natürlich auf die Situation drauf an. Auf der Autobahn bitte nicht. Auf einer Straße, die nicht so häufig befahren wird, kannst du das gerne tun. Je nach Situation die Gefahrstelle absichern und umgehend Straßendienst- oder Polizeiverständigen. Ja, richtig. Ordnungsamt. Warum denn Ordnungsamt? Nee, das Ordnungsamt kreuzen wir nicht an. Also, Polizei ist immer gut. Und wie gesagt, wenn jetzt auf der Autobahn irgendwas runterfällt, dann bitte nicht auf die Autobahn rennen und versuchen, das selber aufzuheben. Welche Bedeutung haben diese Zeichen für Sie? Na ja, die rechten beiden Fahrstreifen sind für uns freigegeben. Die linken beiden dürfen nicht befahren werden. Da kann zum Beispiel kurzfristig auch der Gegenverkehr umgeleitet werden. Der Verkehr auf den beiden rechten Fahrstreifen ist freigegeben. Die beiden linken Fahrstreifen darf ich nur zum Überholen benutzen. Nein, die darfst du gar nicht benutzen. Die beiden linken Fahrstreifen darf ich nicht benutzen. Das kann man jetzt ausrechnen, wie man es macht, sehe Videokurs. Ansonsten sage ich dir jetzt, wir fahren weiter. Sie fahren mit ungefähr 40 Kilometer pro Stunde. Etwa 40 Meter vor Ihnen wechselt die Ampel von grün auf gelb. Wie verhalten Sie sich? Gut, das war jetzt relativ einfach, da die beiden Fragen auch hintereinander stehen. Aber wie gesagt, da geht es um den... Da nimmst du einfach die Formel für den Reaktionsweg und dann kannst du das selber ausrechnen. Sie nähern sich einer Ampel, die schon länger grün zeigt. Wie verhalten Sie sich? Beschleunigen, auch wenn dabei ein Tempolimit überschritten wird. Mit erhöhter Bereitschaft zum Anhalten weiterfahren. Die Ampel aufmerksam beobachten. Hier nimmst du zwei und drei. Was du nicht tun solltest, ist langsamer werden. Denn viele Leute haben Angst vor einer Ampel, die eventuell umschalten könnte. Die werden dann schon ein bisschen langsamer. Und dann schaltet die Ampel irgendwann um. Und dann bist du nämlich so langsam, dass du nicht mehr weißt, was du jetzt tun sollst. Wie verhalten Sie sich auf einer Autobahn bei diesem Verkehrszeichen? Aufmerksamkeit erhöhen, vorsorglich Abstand vergrößern. Bei Stau abbremsen und Warnblinklicht einschalten. Bei Stau auf den Seitenstreifen wechseln und dort weiterfahren. Also Seitenstreifen natürlich auf gar keinen Fall. Abbremsen, Warnblinklicht, ja. Allerdings machst du erst das Warnblinklicht an und bremst dann ab. Wenn das irgendwie möglich ist. Und natürlich erhöhte Aufmerksamkeit und mehr Abstand herstellen, da dieses Verkehrszeichen ein Gefahrenzeichen ist und dich vor Stau warnt. Wie müssen Sie sich bei diesem Verkehrszeichen verhalten? Möglichst weit rechts fahren. Vor der Kurve links blinken. Geschwindigkeit vor der Kurve vermindern. Also auch wieder ein Gefahrenzeichen. Die hört sich jetzt ein bisschen vielleicht komisch an. Da muss man sich vorstellen, es gibt eine Frage, wie ist die gestellt? Irgendwas von wegen Kurve schneiden, soweit ich weiß. Also stell dir vor, es kommt ein Motorradfahrer entgegen und der schneidet zum Beispiel die Kurve. Da wäre es gut, wenn du möglichst weit außen fährst, also möglichst weit rechts fährst, damit du mit denen dann nicht in Konflikt kommst. Also Nummer 1 ist richtig. Blinken, das ist natürlich Quatsch. Vor der Kurve wird nicht geblinkt, aber natürlich die Geschwindigkeit vor der Kurve vermindern, also langsamer werden. Wie verhalten Sie sich im Bereich dieser Gefahrstrecke? Nicht vor Wild ausweichen, wenn der Gegenverkehr gefährdet würde. Langsamer fahren, auf Wild achten. Abblenden und bremsen, wenn Wild in Sicht kommt. Richtig, richtig, richtig. Was müssen Sie bei diesem Verkehrszeichen beachten? Das ist ein Geburtszeichen, also sagt, dass du was tun musst. Kettenfahrzeuge haben Vorfahrt. Zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km pro Stunde. Schneeketten benutzen. Genau, ich muss Schneeketten benutzen und wenn ich Schneeketten benutzen muss, dann darf ich auch nicht schneller als 50 kmh schnell fahren. Welches Verkehrszeichen bezieht sich auf die zulässige Gesamtmasse? Zulässige Gesamtmasse ist das rechte. Wenn das T für Tonnen im Verkehrszeichen drinsteht, dann ist es die tatsächliche Masse. Aber in dem Fall ist das rechte Verkehrszeichen die zulässige Gesamtmasse, also Nummer 2. Welches Verkehrszeichen bezieht sich auf die tatsächliche Masse? Ja, genau. Wie gesagt. Das ist schön, dass die Fragen und Antworten so nah beieinander sind. Für welche Fahrzeuge ist das Befahren einer so beschilderten Straße verboten? Auch hier wieder auf das T im Verkehrszeichen achten. Für Fahrzeuge, deren tatsächliche Achslast 2 Tonnen überschreitet. Für Fahrzeuge, deren zulässige Achslast 2 Tonnen überschreitet. Für Fahrzeuge, deren zulässige Gesamtmasse 2 Tonnen nicht überschreitet. Okay, wieder T. Tatsächlich erste Antwortmöglichkeit ist die richtige. Alles klar. Das waren die 36 Fragen für heute. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Ich habe es relativ kurz gehalten. Ich hoffe, es hat dir trotzdem was gebracht. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich ein Abo nicht vergessen, damit du die nächsten Videos nicht verpasst. Es sind ja hier noch, wir machen ja noch 500, also in diesem Thema sind 509 Fragen drinnen vom Zusatzstoff. Und dann haben wir alle 1124 Fragen gemeinsam durchgemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.